Hallo Leute, was geht ab zu einem neuen Video? Willkommen zu einem weiteren Part von HeroBind Flucht. Ja, 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 ja. Also, gut. Das Thema, das wir mit euch besprechen wollen, werden wir erst am Schluss ansprechen. Wir werden erstmal weiterspielen. Ja, ja, ja. Hey, komm mal mit. Ja, ja, ja. Wir können ja endlich gut sein in dem. Warum haben wir eigentlich nicht die Poop-Mod installiert? Weil wir die... Wir können die Poop-Mod nicht in dieser Version installieren. Weißt du was? Leute, wir machen jetzt das. Wir haben dann Cross Diamond zurückbekommen. Aber der HeroBind da ist gespawnt. Tut mir leid, Leute. Nein, Spaß. Wir sammeln wieder Hero. Oh Gott. Nein, ich sammle dein Zeug ein. Das wollte ich nicht. Wir sind jetzt schon tot. Beide. Dieses Mal gibt es auch kein neuer Start mehr. Willst du anfangen? Leider müssen wir das HeroBind-Projekt beenden, auch wenn wir noch gesagt haben, wir kennen den Ender-Drachen. Aber Millie hatte natürlich die grandiose Idee. Ich will jetzt nichts erzählen. Okay. Und zwar, aber, wir brechen es ja ab. Aber als Entschädigung und als grandiose Idee werden wir mit mehreren Mods Minecraft durchspielen und einfach ein Survival-Let's-Play draus machen. Nicht nur durchspielen. Und dieses wird dieses Mal nicht abgebrochen. Ja, viele von meinem Kanal, viele Leute, die gerne das HeroBind-Let's-Play geschaut haben. Viele von meinen Leuten, die HeroBind gerne geguckt haben. Es tut mir leid, aber das Mod-Let's-Play könnt ihr auch schauen, wenn ihr wollt. Ja. Es ging leider schon schnell. Wir wollten eigentlich noch länger mit euch das Video hier machen, dass es nicht traurig wird. Es regnet sogar, weil es als Trauer regnet. Siehst du es? Ja. Leute, dass die HeroBinds in dieser Welt weiterleben können, sammeln wir nochmal die Hero-Binds. Nein, was hast du da? Ich wollte machen, dass die HeroBinds nicht mehr leben können. Ich habe einen HeroBind gesehen, weißt du schon, ne? Ich will trotzdem, dass die HeroBinds noch weiterleben können, ohne dass wir das kaputt machen. Wir sammeln hier, für die Leute, die von Anfang an dabei waren, ihr könnt es jetzt noch ein allerletztes Mal genießen. Wir sammeln HeroBind, okay? Ja. Willst du dieses Mal die Ehre haben? Ich hatte zum Start des Let's Plays die Ehre. Aber dieses Mal gebe ich dir die Ehre. Komm zu mir. Okay. Gib mir den Dia. Hier, das... Nein, nein, das Altair muss ich. Der Dia. Perfekt. So, Leute. Guck mal, die HeroBinds spawnen jetzt drum. LOL. Okay, Leute. Hier, jetzt zählt ihr's. Die tausenden HeroBinds. Zum Abschluss dieses Let's Plays bauen wir jetzt noch tausende HeroBinds. Damit es euch auch gefallen hat. Leute, es tut mir wirklich leid. Ja, es tut ihm leid. Mir nicht, weil ich hatte nicht die Idee. Es tut mir wirklich leid, dass wir das Let's Play abbrechen. Aber wir sind auch schon tausendmal gestorben. Ich würde gerne Vanilla halten und dem Hardcore nicht die ganze Zeit sterben. Das ist halt auch scheiße. Und jetzt zum Abschluss schaut euch die tausenden HeroBinds an. Und... Und unsere erste Hütte, die wir im ersten Part gebaut haben. Wir zeigen euch jetzt alles, was wir gemacht haben. Im ersten Part hatten wir diese Hütte da gebaut. Jetzt kommen wir zur anderen Hütte. Im zweiten Part hatten wir diese Hütte hier hinten gebaut. Und im dritten auch. Und im dritten, äh, in der zweiten Hälfte hatten wir das... Und in der anderen Hälfte des zweiten Part, äh, bei mir war es dritter Part. Bei mir dritter Part hatten wir die grandiose Idee, dort hinten umzuziehen. Da wollte ich dann die OP-Basis bauen. Doch jetzt brechen wir das Let's Play ab, Leute. Es tut ihm sehr leid. Mit diesem Abschluss, sag ich. Mit dem besonderen Abschluss. Ja, ich würde auch sagen, tschau, Leute. Ich kann einfach gerade nicht happy sein. Ich kann auch... Ich kann auch nicht rumschreien irgendwie. Weil ich will... Hätte das gerne weitergemacht und so. Ähm, ja. Ja, so... Wir hätten es weitermachen können, wenn's... Wenn wir nicht die ganze Zeit uns wiederbelebt hätten. Das hat irgendwie das Let's Play kaputt gemacht. Verstehst du? Ja. Es war nicht der Grund, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Guck mal, die Herobrinds scheißen hier jetzt noch überall hin. Ja. Jetzt wissen wir, wie die Herobrinds die ganze Zeit hingeschissen haben. Ja. 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 Ja.